Das ist natürlich, ja, natürlich, ich kann ja nicht sagen, das, dann hältst du nicht genug, das wollen wir ja nicht. So, echter Löffel, komm, ich meine da mal so, den echter Löffel, ganz relax, Mund auf, an! So, okay, da könnte schon ein bisschen raus, wie geht das? Okay, den echter Löffel hast du schon mal ruf, also, ich geb's holen, ob ich noch ein weiterer Löffel packt, gleich speuert, das Video ist schon in der xl.de.ru. So, wie geht das? Boah! Eher, so strengend? Komm, ich will da mal ein bisschen was haben, ich will ja auch nicht so, ich war da so ein Student. Oh, mehr! Ja, du hast in der Scherz die Aufgabe, ja. So, die kriegst du natürlich auch, was? Dann, ein bisschen Wasser. Oh! Ha! Schau, es ist aus! Boah, Merk! Mal weiter! Wettbewerb! So, ich meine, wir gehen dafür, wir gehen dafür, wir gehen jetzt raus aus dem Studio. Das haben wir heute zu viel Sauerei gemacht. Boah! So, ich will noch ein weiterer Löffel. Ehm, ein weiterer Löffel. Das wird echt gut sein. Boah! So, ich will noch ein weiterer Löffel. Ehm, ein weiterer Löffel. Okay. Ja, das geht immer ganz gut. Ach, komm nach der Klänge und dann hast du gepackt. Ja, mach da. Komm nach der Klänge und dann passt du durch. Komm nach der Klänge und dann passt du dich? Ja, das ist gut. Das ist gut. Ich will jetzt sagen. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Und, das ist gut. Okay, also ich gebe Mengen, du mal, da wer die Prüfung bei Sternen. Mit ganz, ganz viel Krampus. Ein bisschen unterschätzt gehört. Ja. Und dann wird er gepackt. Und die... Was denn? Äh, ticke Rumpus in mir noch. Juhu!